Ja, Hallöscher meine Freunde und herzlich willkommen auf meinem neuen Kanal. Die meisten von euch kommen bestimmt von meinem alten Channel Surprise Media und für die neuen Zuschauer stelle ich mir jetzt einfach mal vor. Ich bin Kade und nun möchte ich euch erklären, was überhaupt Kadex heißt. Das KAD, also das K-A-D, soll von meinem Namen aus die drei Anfangsbuchstaben sein und der Rest... Keine Ahnung, fragt mich nicht. Aber ich hoffe dennoch, dass ihr viel Spaß auf meinem Kanal haben werdet und jetzt fängt es erst richtig an. Ich bin Kadex.